Herzlich Willkommen zu den Videocutters der D.O. La Mancha, mein Name ist Peer Holm und heute verkosten wir den Alcadet Natura White. Es ist ein Weißwein aus ökologisch produzierten Trauben von den Rebsorten Chardonnay und Airene. Chardonnay ist eine Rebsorte, die weithin bekannt ist. Airene ist die typische weiße Rebsorte für die D.O. La Mancha, ist eine der meistangebauten Rebsorten der Welt, die meistangebaute Rebsorte Spaniens. Wenn ich hier in den Wein hineinrieche, überwiegen die Aromen vom Chardonnay, die typischen Aromen wie Banane, Gelbfrucht, etwas Pfirsich, nussige Noten kommen dazu. Am Gaumen ist der Wein sehr schön kompakt, hat auf der einen Seite Frucht, auf der anderen Seite auch eine würzige Note. Ein Wein, den ich mir sehr gut vorstellen kann, zu etwas kräftigeren Vorspeisen, zu Pasta-Gerichten, aber auch in Richtung Risotto kann dieser Wein als sehr harmonisch eingesetzt werden.